Was ist die Frequenz? Bald ist Ende Juni und Sie haben einen Grund, sich zu freuen. Nein, ich meine nicht die warme Sommersonne, sondern das Frequenz. Im Magazin des Departements Gesundheit erfahren Sie ganz vieles über unser Fokusthema psychosoziale Gesundheit. Und ein ganz besonderes Highlight, das FACTS feiert Premiere. Darin lesen Sie alles Wichtige und alle Highlights, Zahlen und Fakten zum Forschungsjahr unserer angewandten Forschung und Entwicklung am Departement Gesundheit. Freuen Sie sich auf den Sommer und auf das Frequenz.